Mit Brüsten! Hallo Jupp! Was, sauer? Ich? Wegen des Unentschieden beim HSV? Ach nein, wie kommst du denn da drauf? Achso, Jupp, nicht wundern, die Mannschaft kommt heute nicht zum Training. Ich habe ein Sondertrainingslager anberaumt. Da gab es ein Super-Kampf, das gerade nicht ausgebucht war. Wir sind da, holt uns hier raus! Oh Gott, Philipp, im Unterholz, was ist das für ein hässliches Viech? Beruhig dich, Mario, das ist der Rieberie. Mit Brüsten? Na dann ist es diese Mikaela, die haben die hier vergessen. Was?